Musik Wir sind hier heute Abend im Protohaus, dem Ort für Bastler, Erfinder und Maker und feiern die erste Prototypen-Party in Braunschweig. Wir sind mit dem Format selber als Prototyp gestartet in Hannover. Mittlerweile sind wir in vier Städten unterwegs. Die elfte Prototypen-Party hat heute hier in Braunschweig stattgefunden. Und wir hoffen noch auf ganz, ganz viele andere Städte und tolle Prototypen. Die Veranstaltung ist sehr angenehm. Man ist total im Flow. Man ist nicht einfach nur stiller Beobachter, sondern man ist aktiv im Austausch. Ich habe auch vor, zu gründen und könnte mir super vorstellen, dass ich das nächste Mal hier auch was vorstelle. Musik Besonders gut hat mir gefallen, dass es generationsübergreifende Tüftler und Erfinder hier gab. Man kann Unglaubliches entdecken. Auch so manche Aha-Effekte, wo man sagt, Mensch, da hätte ich auch drauf kommen können. Musik Braunschweig hat die Prototypen-Party richtig gerockt. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wir freuen uns schon auf die Prototypen-Party im nächsten Jahr. Musik Sprecher Musik Vielen Dank.